Ich mach hier mit und schick die Quali im März, 3,50 Euro, fuck Soll das ein Scherz sein? Ach egal, für das bisschen arbeiten und sich's trotzdem Ich gewinn hier easy, indem ich dir wie nem Sohnisch auf den Bauch nehm Herst du dich geschenkt, lass mal Drops nehmen, oder Kopf stehen Hier hat meine Quali in die Arme, wie bei Hey Hey Vicky, hier sind die Gegner egal, gib mir einfach den Fritti Nenn mich Trojanisches Pferd, denn ich bin wie Hitler mit nem Kippa, bin der Wolf im Scharfspelz Ich verkleide mich, erschaffen uns auch dafür, dass du aus der Bahn fällst Los, betteln wir uns unter den 50 Euro Schein, bring euch deine Freunde mit, ich komme dann auch allein